hmmm da brauchen wir noch drei und da brauchen wir dann auch noch was das schafft man nicht mehr, das schafft man nicht mehr, das voll zu bekommen das schafft man nicht mehr, das schafft man nicht mehr das schafft man nicht mehr das schafft man nicht mehr, da müssen wir doch was anderes nehmen, was weniger Energie braucht hmmm, ja der Rakina verbraucht drei oh nein, ich habe es getan ich habe es getan, jetzt brauchen wir nur noch zwei muss man das erreichen, das ist ein wahrscheinlicher natürlich helfen wir dem Sibirien Schiff wir brauchen schließlich Squat jetzt habe ich einen Haufen Raketen gekauft, das ist natürlich auch blöd das ist auch blöd und tschüss so sind wir da, drei Öl, eine 341 Squab und unsere Hülle wird zum Dank repariert ein Asteroiden fällt, okay riskieren wir es an, riskieren wir es an, ah eine 358 Squab ah, dann schafft man es ja doch noch und Energie, holen wir uns mal ein so, nächster Sektor okay, ein Sektor haben wir noch vor uns gehen wir mal durch den feindlichen Sektor, da werden wir wahrscheinlich mehr zum Kämpfen haben also auch mehr Squab okay, machen wir wieder mal das, dann können wir, ja, dann können wir kämpfen die schalten wieder ihren Antrieb an, das ist blöd und dazu noch Feige und dazu noch Feige so ein Burstlaser okay, der Antrieb ist rot, jetzt können sie erstmal nicht mehr weg springen Waffen sind orange und sie sind tot 44 Squab so, was brauchen wir da noch 90 was sind wir da eine Sonne, okay, Solar Flare also, dem weich mal lieber aus was sind wir da, ein Schiff, also Squab und Mendes schaut wie niedlich wie niedlich braver Mendes, brav brav magst du den leckerlief ich schicke dir meine Mark II Drohne vorbei und er hat uns verfehlt naja, wir verfehlen auch grad ein bisschen Autsch Aua, sag mal 56 Squab genau jawohl jetzt können wir die Waffen aufladen noch ein wenig Energie holen so, jetzt haben wir auch den Hüllbeam also, brauchen wir noch zwei Energiebalken für die Drohne für die Kampfdrohne äh okay ja, aber ich denke mal, den Balken bekommen wir auch noch schneller das braucht ja nicht viel das braucht nur 35 Squab mhm, mhm mhm ah ja, genau, wir können die ja auch schalten die Systemrepair Drohne da haben wir vier für die andere Chip ah ja ein Mendes Bomber greifen wir den an ja, natürlich wir sind ja schließlich nicht im Kindergarten so, Burst Laser erstmal auf die Waffen Heavy Laser erstmal auf die Waffen Hüllbeam mhm ich glaube, genau an systemlosen Räumen richtet er mehr Schaden an aber ich schaue mal, dass ich so viel wie möglich erwische da äh erwische ich da da müsste ich eigentlich vier erwische vier Räume zwei Mendes haben wir hier das sollte man eigentlich auch ohne die Anti-Personal Drohne schaffen wir lassen sie erstmal ein wenig ersticken oh, die verrecken gleich die Frage ist, kommen sie da oder da raus oh, da ok, dann reparierst du mal da oben hm aber bitte stirb mir nicht dabei bitte stirb mir nicht ja, ok hm hm dann mach ich es mal so 3 Treibstoff, 2 Raketen, 54 Squab 3 Treibstoff, 2 Raketen, 54 Squab dann hole ich noch ein wenig Energie Schaden kannst ja nie so, und dann jumpen wir mal zum Schiff, äh, Standort der Schiffs Mind the Scout attack the ship hm 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 so müssen wir eigentlich vier Räume treffen hm 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 1 Treibstoff, eine Drohne und 57 Squab. Dann holen wir noch die letzten 2 Energiebalken und dann jumpen wir mal langsam Richtung Exit oder wollen wir noch einmal den Store da unten schauen, ein Mendes Bomber. Ach ne, so da, wieso da, wieso greift der mich da an? Oh wir haben Energie für die Anti-Personal Drohne, das ist ja gut. So, den geben wir's. Oh und ein Schild Level Up, ein Erfahrungsaufstieg. So, den tauschen wir mal aus. Und da sind sie wieder weg, die Feiglinge. 2 Rakene, eine Drohne und 60 Squab. So. Ah, warte ich erstmal, bevor ich noch was ausgebe. Da haben wir ja nämlich noch ein Store. A Store. Anti-Chip 2, Defense 2. Die brauchen aber einen Haufen Energie. Oh, da können wir uns noch, ja genau, ich brauche noch ein paar Crewmitglieder zur Sicherheit. Äh, äh, als Sicherheitsleute. Ist schon. Hm, hm. Genau, die wollte ich ja verkaufen. Dafür die Höhle Repair, Anti-Personal auch halt, dafür die Defense. Und dafür holen wir den und den oder den, ja, den. Der repariert schneller. So viel brauchen wir gar nicht fixen, weil wenn man in das letzte System kommt, wird das alles automatisch repariert. Für umsonst. So. Gehst mal hier hin, du auch. Oh, da ist noch die Luka offen. Hm. Und dann schauen wir mal Richtung Exit. Nix. Ein Mendes Bomber, wie süß. Da haben wir zwei, aber wir haben auch zwei Mendes, nicht nur ihr. ε oder die Musik Bueno, bevor wir es kurzільки abholen, Ja, das geht gut. Pippen. Oder wie wäre es? ante Nehe Emmaus? W.: Maal Tisch. Du schäm, ich schü. 68 Sculpt, zwei Raketen und eine Drohne. Uiuiui, dann gehen wir nochmal da hin und dann zum Exit. Ein Mentes-Fighter, den greifen wir natürlich an. Ach Quatsch. So, eins, zwei, drei, vier. So, eins, zwei. Bis zum nächsten Mal.